Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Mit einer Wahlbeteiligung von 61 Prozent war diese Wahl eine der am stärksten Besuchten in der Geschichte der Europäischen Union. Laut Daten des Europäischen Parlaments, Quelle euparlament.eu, haben in fast allen Mitgliedstaaten mehr Menschen an der Wahl teilgenommen als in den vorherigen Wahlperioden. Diese hohe Beteiligung kann als Indikator für ein gesteigertes Interesse und Bewusstsein der Bevölkerung für europäische Themen und die Rolle der EU bei der Bewältigung globaler Herausforderungen angesehen werden. Die Verschiebung politischer Macht Eine weitere bedeutende Entwicklung war die Verschiebung der Machtverhältnisse innerhalb des Europäischen Parlaments. Die traditionellen Großparteien, insbesondere die Europäische Volkspartei, EVP, und die progressive Allianz der Sozialisten und Demokraten, SND, haben zusammen an Einfluss verloren, Quelle der Tagesspiegel. Insgesamt verloren sie etwa 70 Sitze im Vergleich zur letzten Legislaturperiode. Diese Verluste wurden teilweise durch Zugewinne bei den grünen und liberalen Parteien ausgeglichen. Die Grünin-EFA-Fraktion was able to significantly increase their seats, emphasizing their growing influence on European climate policy and sustainability agenda. Additionally, the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, LDE, also saw significant gains, especially through the alliance with French President Emmanuel Macron's movement, La République en Marche. Strength of Eurosceptics At the same time, Eurosceptic parties and movements also achieved significant successes. Parties such as the Italian Lega and the French Rassemblement National, led by Marine Le Pen, won many seats. Ihre starken nationalistischen und anti-EU-Rhetoriken könnten in der kommenden Legislaturperiode zu heftigen Debatten und potenziellen Herausforderungen für die europäische Integration führen. Eine fragmentierte politische Landschaft Diese Wahl hat die politische Landschaft Europas fragmentierter und vielseitiger gezeichnet als je zuvor. Ein solches Szenario könnte sowohl Herausforderungen als auch Chancen darstellen. Einerseits könnte die Polarisierung innerhalb des Parlaments zu Schwierigkeiten bei der Findung von Mehrheiten und der Beschlussfassung führen. Andererseits bietet die Fragmentierung auch die Möglichkeit für neue Koalitionen und innovative politische Kompromisse. Diese Entwicklung könnte auch das Interesse und die Partizipation der Bürger an europapolitischen Themen steigern. Die Vielfalt der vertretenen Meinungen und Interessen im Parlament reflektiert die heterogene Gesellschaft der EU und bietet somit eine Plattform, auf der verschiedene Perspektiven Gehör finden können. Auswirkungen auf die Zukunft der EU Die Ergebnisse dieser Wahl könnten auch langfristige Auswirkungen auf die nächste Wahlperiode und darüber hinaus haben. Fragen über die Verteilung von Macht und Einfluss innerhalb der EU, die Stärkung der europäischen Integration und die Förderung einer nachhaltigen und sozialen Politik werden zentral sein. Der Erfolg ökologisch orientierter Parteien könnte den Schwerpunkt der EU-Politik stärker auf Fragen des Umweltschutzes und der Klimapolitik legen. Auch die wachsende Präsenz euroskeptischer und nationalistischer Parteien wird eine entscheidende Rolle spielen. Es bleibt abzuwarten, wie diese Kräfte versuchen werden, ihre Agenda durchzusetzen und welche Auswirkungen dies auf die Stabilität und die Weiterentwicklung der EU haben wird. Insgesamt war die Europawahl ein faszinierendes politisches Ereignis, das die Dynamik und Vielfalt europäischer Politik verdeutlicht. Es zeichnet sich ein komplexes Bild ab, das sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Zukunft der EU bietet. Eine höhere Wahlbeteiligung, der Aufstieg von Grünen und Liberalen sowie die wachsende Stärke euroskeptischer Parteien sind Beweise für eine politisch aktive und engagierte europäische Bürgerschaft. Die kommenden Jahre werden zeigen, wie sich diese Trends entwickeln und welche neuen politischen Allianzen und Strategien im Europäischen Parlament entstehen werden. Es bleibt zu hoffen, dass dieses vielfältige und fragmentierte Parlament Wege findet, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern und eine gemeinsame Vision für ein starkes und vereintes Europa zu entwickeln. Anita Farke, Sonntag, 9. Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.